hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge transport feber 2 auf meinem kanal gerade güterzug raus gefahren das einfahrsignal zeigt auch schon fahrt so heute mal schauen wie das mit den linien aussieht durch ist erstmal wieder was einschalten zack zack damit ich hier überblick habe dann kommt schon der nächste zug hinterher ist das auch das ist ein anderer gut hier haben wir auch eine das ist natürlich günstig treibstoff liefer ich nach sie schon ein bisschen öl mitnehmen könnte ich mit dem lkw darüber fahren so dann von der chemie fabrik zur wahrenfabrik und von da aus zum beispiel nach netz die brauchen waren also das ist baumaterial hier gibt es holz sehr interessant wo könnte man das hinbringen wo haben wir einen bahnhof oder moment mal hier und hier jetzt mal gucken wie das mit den straßen wie ich das am besten mache ist die alte autobahn hier was ist denn das die alte autobahn abreißen neue straßen hier hin machen kommen ja so zack zack rüber über die bahn durch son maurice und dahin dann machen wir das mal erst mal ein bisschen abreißen bis dahin das reicht die autobahn ja später da hinten rum verlegen so bisschen glätten so passt straße auch nicht schnell zu fahren nämlich eine städtische naja hat den vorig so hier drauf So, wie weit kann ich da gehen? Sehr gut. Jawoll. Wunderschön. Gut. Für die beiden reicht ja... ...ein Verladeplatz. Oh, hier zieht die Nase. So, Entschuldigung. Wieder da. So, da hinten haben wir ja schon ausgebaut. Hier wird schon Holz geschlagen. Wo geht denn das hin? Interessant. C. Oluf Sägewerk. Oluf Sägewerk. Oluf Sägewerk. Hier unten hin. Da leite ich gerade die Linie um. Ach, hier ist... Oh, hier ist ja auch nochmal. Dann mache ich das mit der braunen Linie. Sägewerk 2. So, Maurice Wald ist hier. Dann fährt er nach Oulon. Dann machen wir eine neue alte Stelle rein. Aber ich muss ja erstmal bauen. Hup, 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 hup... Nein, hier. Das hier. Ich mache mal mindestens zwei. 50, 60 Meter lang. Guck mal das. Jo, das passt schon. So. Ich sehe schon sind beide dran. Gut. Was brauchen wir noch? Machen wir gleich das hier alles. Zack. So, das ist... Montee Maschinenfabrik, Montee Chemiefabrik. Das nennt sich Montee Industriegebiet. Ah, hier ist Industriegebiet 2. Oder Industriegebiet Rhone. Dann weiß ich Bescheid. Gut. Mal umbenennen. Industriegebiet Rhone. Und... So. Okay. So. Dann. Hier. Wo kommt der her? Wo fährt der lang? Ach ja, der fährt auf der anderen Seite. Ja, stimmt. Der muss erstmal hier rüber. Und dann fährt er zurück. Ja. Gut. Jetzt möchte ich nur noch sagen, was er wohin transportieren soll. Dann gucken wir mal. Laden. Im Wald. Entladen. Oh, kann der nur eins? Was ist dieser mit den 150 Einheiten? Der kann ja nicht nur eins. Hehehe. Oh, da muss man auch mal einfallen lassen. Zeig mal, was sind da für Fahrzeuge. Na. So. Montee. Raffinerien. Ach hier, Ollons Säge weg. 40 Tonnen. Hm. Fahrzeuge ersetzen. Jetzt muss ich mal gucken. Halt. Halt. Bestimmt so eine. 150 Kapazität. Kapazität 30, 30, 38. Der kann auch Bretter. Ja. 40. Ja, da müsste ich mal so. Mache ich erstmal eins. Ersetzen. Gut. Schrauben wir das wieder hoch. Dann tun wir ein paar Mal klonen. Jetzt haben wir vier. Jetzt haben wir knapp 160. Jo. Jetzt wollen wir den mal weiterfahren. War das schon der Erste? Nö. Gut. Grün. Der ist da eine andere Linie. Werkzeugfabrik. Montee. Sägewerk. Maschinenfabrik. Montee. 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 Ech. Der fährt da hinten hin. Ja. Gut. Gut. Na dann haben wir das wenigstens mal umgestellt. So. Muss man mal gucken. Die Orte schon. Ne. Das ist noch nicht da. Der Treibstoff. Der müsste noch kommen. Da brauchen wir noch. Waren. Sieht das nicht. Maschinen. Ja. Ist noch einiges. Wo ist denn ein Stahlwerk? Jetzt muss ich erst mal gucken. Waren ich hier eine Nähe eins? Ne. War nix. Ne. War nix. Das sind die Raffinerien. Komisch. Da scheint es aber gut abzugehen. Mit Baumaterial hier auch. Ist doch gar nicht. Muss doch hier ein Stahlwerk irgendwo sein. Muss ich mal hier gucken. Ne. Hier. Stopp. Ekel. Stahlwerk. Ekel. Wo sind die ein Stahlwerk? Ach. Da unten. Ja. Gut. Hm. Die machen wir das am ungünstigsten. Hey. Danke blieben. Hier geht eine Straße runter. Da könnte ich die eigentlich auch anbinden. Erz. Wo gibt es? Erz. Ich glaube nicht allzu weit von hier. Kohle. Oh ja. War da nicht irgendwo irgendwo dahin gewesen? Was? Ach. Schöne. Ne. Nix. Doch hier oben. Kohle. Hm. Ist aber ein mühseliger Weg das da runter zu bringen. Höchstens. Höchstens ein paar Meter in die Berge. Höchstens ein paar Meter in die Berge. Ja. Martinie. So. Schauen wir mal. Hier gibt es wieder nur Holz. Da oben ist das Erz. Hm. Und die Kohle. Keine Kohle hier. Da ist auch Erz. Oder von hier aus. Und da ist Kohle. Sehr gut. Das könnten wir hier hin. Hm. Hier haben wir nur ein Ausgleich. Gleis. Ähm. Beides mit Elcuping. Das Erz ist. Warte mal. Hier. Ah. Hier. Stahlfabrik. Können wir hier den Bahnhof reinmachen. Dann hier rüber. Und hier einmünden lassen. Das wäre das Idealste. Dann würde ich die Kohle von hier nach Sion bringen. Das Einfachste. Hm. Warum er ist dahinter? Langer Weg. Das geht ja noch. Tja. Oh. Schwierig. Oder ich müsste hier ein Gütergleis anbauen. Der ist Einfachste. Könnte ich nur die paar Meter. Das hier vielleicht. Das werde ich auch machen jetzt. Ich baue ein Güterbahnhof hier rein. Gebäude. Wie der Bahnhofle. Erstmal drehen. Nur das Feld muss dann wohl verschwinden. Ein Gleis reicht. So. Der Bahnhof ist wie lang? 2,40. Mache ich 3,20. Den kann man noch verlängern. Fehler Seite 1. Na. Das versehene Fernseher eingeschaltet. Naja. Mal hier weiter beschäftigen. Sonst läuft mir die Zeit weg. So. Peng. Weg damit. Jetzt mache ich das erste Mal konfigurieren. Wo waren die Plattformen? Ratsch. Hier. Da hänge ich noch 2 dran. 400 Meter Bahnsteig. Zack. 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 Erstmal alles wegradieren. So. Gleis. Ne. Quatsch. Äh. 40. 40. 40. 60. 80. Jetzt muss ich mal gucken. Ah. Hier ist meine Oberleitung. 40. 35 Meter. So. Das Signal muss ich dann ein Stückchen versetzen. Das ist 60er oder? Ja. Mal kurz weg. Den Schotterzwerg auf. So. Hier muss ich es wahrscheinlich auch festsetzen. So. Gehen wir mal zu den Gleisen hier. Jawoll. Alt. 40. 40. 40. Neu. 35 Meter. Hier. So. Gut. So. Da halten wir den Anschluss. noch nicht so weit. So. Das mache ich mal später. Jetzt mache ich erstmal die Signale hin. So. Also. Hier hatten wir. Na. Ist jetzt ein bisschen weit weg gerutscht. Na. Na. Hä. Warum geht das hier nicht mehr? Mache ich es hier hin. 60. Ach so. Ja. Ich kann mir vorstellen warum. Ähm. 60. 60. Ach so. Ja. Ich kann mir vorstellen warum. 40. 40. Und 40. So. Was putzen mache ich später. Hm. Jetzt brauche ich noch. Wie und wo kommt man rüber. So. 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 Ja. Ist das zufällig hier? Genau zwischen den Weichen? Und testen. Ne. Auch nicht rechtlich. Das Einfachsignal ist schon dort. und wenn ich es hier mache ach du schande was ist denn das das artet wieder mal alles aus so naja machen wir mal 60 wo sind wir denn 25 alt neu 60 20 30 ja mal doch sehen wie sieht es denn jetzt aus tja immer noch so da muss ich wohl eine brücke rüber und hilft alles nichts so 60er signal wo war es stopp jetzt geht alles schief so muss ich das hier raus ich halte da sowieso keine güterzüge an außer dass der da hinten hält also brauche ich diesen ja ich komme jetzt wieder drauf 60 jawoll jetzt kann ich das signal setzen wo ich will gut ja ich mache die brücke in den bäumen so straße bleiben wir bei einer städtischen hier hoch gehen wir 3 so jetzt gucken wir nochmal nee muss ich wohl doch willst du mich verarschen jetzt nee der ist absolut daneben ich muss vier machen es nützt nix so so muss das sein genau so wir haben beton die oder natürlich auch mal ja nehmen wir so dann müssen wir sowas kappen so das wird eine aufschüttung und ich jetzt so ich erst mal hier die straße hin so 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 Ne, erstmal weg. Na, machen wir es nochmal weg, komm, ich bleib mal auf der Höhe. Komm, bleib so, zack, zack, was nehmen wir denn, sowas, jo, das geht allemal, ist ja ganz kurz, so und jetzt nach unten, naja, bisschen, so, bisschen so, hängen, verlängern, du bleibst auch oben, ist da unten nichts verloren, so, noch eine Verladestelle, zwei, da unten ist noch alles dasselbe, ja, jawoll, ich muss das Ding nur drehen, so, gut, dann haben wir hier eine Zufahrt. Stadtstraße. So, wieso geht denn das so steil da runter, ach so, hm. So. Na, jetzt will ich runter bleiben. Bis dahin. So, erstmal ein Stückchen raus. Und hängen, so. Kurz drüber rauschen, zack, zack, zack. So. Jetzt kann man die Erzlinie machen. Oh Mann, ist die Zeit schon wieder nichts zustande gebracht. Ich muss erstmal hier, ist das auch eben? Ja, da muss ich wohl hier was machen. Hier sind wir. Nehmen wir das hier. So, noch ein bisschen so drehen. Ganz kurz. So. So. gleich mal fünf Meter länger machen. So. So. Okay. Das hätte man. so. Und in der nächsten Folge legen wir mal mit dem Stahl los. Eisenerz. Eisenerz. Nach Ardo. Mit dem Zug. Oh, da muss ich auch erst noch was machen. Ja, das wird noch ein Haufen Arbeit. Und dann, Moment, wo war die Kohlegrube? Hier? Hm, was ist denn ein nacheliegender? Hm, das ist jetzt hier die Frage. Ich könnte eigentlich auch die Straße hier rüber verbinden. Dann wär's. Hm? Ja, unwesentlich weiter weg, wie das Erz. Ich werde erstmal die Straße hier ein bisschen. Ja, müsste ich sowieso machen. Aber ich mach jetzt nur mal das Stück hier nach Ardo. Und dann ist gut für heute. Hm, 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 hm. Den da. So. Aber da drüben geht's sowieso nicht. Weil da wieder so ein Pächlein und eine Brücke ist. So. Gut, lassen wir's so. Hier muss auch irgendwo ein Depot sein. Mal sehen, ob ich's finde. Aber ich glaube, ich suche in der nächsten Folge danach. Oh, da ist gerade wieder ein Güterzug unterwegs. Den passen wir hier ab. So, ihr Lieben, das war's dann wieder mal für heute. Bleibt gesund und munter. Damit ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei sein könnt. Lasst euch nicht ärgern. In diesem Sinne, euer Didi. Ab route das Wasserост ein. Ok, oben hier, und dann mit dem Säklau und wieder rein? Dinnabeln.